Ich lerne Deutsch. Nummer 15091 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Für uns ist es ganz normal, dass wir jeden Tag viel Zeit in unser Training investieren. Meine Augen müssen überprüft werden, da sich mein Sehvermögen in letzter Zeit stark verschlechtert hat. Meine Augen müssen überprüft werden, da sich mein Sehvermögen in letzter Zeit stark verschlechtert hat. Einige Mitarbeiter sind erkrankt. Deshalb muss ich die nächsten Tage neu planen. Einige Mitarbeiter sind erkrankt. Deshalb muss ich die nächsten Tage neu planen. Einige Mitarbeiter sind erkrankt. Deshalb muss ich die nächsten Tage neu planen. Das Publikum erhebt sich ehrfürchtig, als der König den Saal betritt. Das Publikum erhebt sich ehrfürchtig, als der König den Saal betritt. Die Menschen zeigen ihren tiefen Respekt und ihre Anerkennung für den König, indem sie aufstehen. Bei dem schönen Wetter könnten wir eigentlich die große Runde um den See machen. Ich glaube, da sind Diebe. Die Gesellschaft strebt stets nach wirtschaftlichem Fortschritt und Wohlstand. Die Gesellschaft strebt stets nach wirtschaftlichem Fortschritt und Wohlstand. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.